Look at all this peppered crap. I don't like it. It's not a sophisticated color. Yeah, that stuff is ugly. Ey, it's smelly. Well, up. Was machst du? Ach, guck mal Taxi. Okay, end of the ride. That's it. We're here. Perfekt. Thanks for the ride. Tschüss. Ich würde gerne noch weiter mit denen rum. Schatz? Kommt da nicht rüber. Nee. Wir brauchen... Dich. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ach so, geht nicht. Ach so. Nee, ist lila. Haben schon nicht gesehen. Ich hab auch ehrlich gesagt nicht drauf gehört, was sie gesagt haben gerade. Äh. Au. Ich hab dich selber gekillt. Ja. Nein, ey. Oh. Kannst du dich nicht ausdenken? Hm. Ah ja. Okay. Ähm. Ah okay, da schweben jetzt so Tellers. Mit dem Frosch. Genau. Mit dem Frosch, Schatz. Ja, wahrscheinlich musst du aber noch zurückkommen. Nein. Okay. Ach so, geht nicht. Sonst kannst du da nicht rüber. Ah. Oh. Oh, jetzt muss ich laufen. Moment. Oh. Boah. Ui. Ui. Ich bin zu früh geöffnet. Hm. Nein. Entschuldigung. Alles gut. Ich ziele halt nicht immer sofort, dass es nicht gut gemacht wird. Mal ist es nämlich automatisch und mal nicht. Hm. Ich weiß. Ich bin mir vorhin auch schon so gegangen. Oh. 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 Ach so. Ah. Guten Tag. Hi. Schön, dass sie da sind. Oh. Schön, hier zu sein. Hm. 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 Get out of here, purple crap. Oh, wow! Look! Look at my garden! This is amazing! Wow! The flowers are growing again! Her garden ist beautiful, Cody. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh. James gut. Uh. James gut. James gut. James gut. etwas geklackt geklatschte minigame gehört ist es denn es ist nicht james plant ist ja auf jeden fall ist denn das ist aber auch nicht Ich höre es halt die ganze Zeit. Der klatscht halt die ganze Zeit. Also, ich habe jetzt mal von hier oben gepugt. Schneckenrennen. 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 Zielen. Zusammendrücken. Okay. Ready? Steady, slow. Wie geil. Äh. Ah. Au. Ach, scheiße. Schöne Bewegung, Schnelle. Au. 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 Komm nicht weg! Ich komm nicht weg! Verdient! Oh, nee. Nicht verdient, aber ist schon okay. Doch, ich bin irgendwie falsch abgebogen. Das war lustig. Irgendwie ja. Jetzt werde ich zum Püls. Ich bin ein Muschum! Das sieht so schlimm aus. So, jetzt kannst du mir hier den Weg machen. Nee, die muss ganz links aus die. Ach du Schande. Oh, oh, oh! Ja, geil. Oh! 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 Du musst jetzt ganz rechts. Das ist eigentlich schon komische Pflanzen, die so viel Wasser verbrauchen. Du bist gut! Du bist gut und auch gut! Oh! Ich kannte den Namen mal. Oh! Günter. Oh, gescheitert. Oh, gescheitert. Oh, gescheitert. All right, du hast es geschafft. Ne, du. Nice jumping! Ist das? Gehört. Hm-hm. Jetzt sind wir im Greenhouse. Also Gewächshaus. Das grüne Haus. Das war so klar. Blödes Fenster. Haftlochfenster. Das hab ich mir eben schon gedacht. Das ist hochgetrunken. Oh. Es ist wirklich überall. Es war jetzt so nah. Ja. Hör auf, Joey. Ach, Gurken. Wir sind fast da. Genau. Das ist das. Alle meinen Gurken, eventuell. Hey, May. Hey! Wir haben hier noch etwas kürpeltes Gunk. Was? Der Schatten? Nee, diese... Gewächs... Das Gewächs, wo ich grad hochgepft bin. Hm-hm. Weiß nicht, wo ich mein? Hm-hm. Hm. Na, wo ich grad hochgepft bin. Wo die Blätter weggegangen sind. Hochgepft! Okay. Wow! Das ist wirklich magisch. Was sollst du machen, dass du all diese zugepft hast? Danke, May. Du siehst? Das ist, warum ich das lieb, die Bäume. Vielleicht Blumen wachsen. Gurken verbrauchen viel Wasser. Das stimmt. Ja, aber das, ähm... Das Blaue sind keine Gurken. Weil du hast diese, ähm... Das, äh... Dieser Kelch sind keine Gurken. So. Ja. Einfach wieder verwirrt mit der Seite. Schau, May! Das schreckliche Gritter! Ich bin bereit, sie zu entfernen! Ja. Ja, noch mehr von den Viechern! Au! Die halten mehr aus. Au! Auf ihn. Ja, aber der... Guckt die ganze Zeit zu mir! Das ist scheiße! Das musst du machen, wenn wir auf der anderen Seite... Also, wenn du auf der gegenüberliegenden Seite bist. Weil sonst bringt das nämlich nichts. Au! Ach, ich kann ihn rumdrehen! Jawoll! Get down! Huh! Was, wenn es bei mir im Gewächshaus so wachsen würde... ...und habe im Moment Grablichter drin, dass der Frost draußen bleibt. Ach, mit Grablichtern kann man das machen? Okay, krass! Ja gut, die brennen ja lange, ne? Stimmt. Hm. Das stimmt, da links. Hm. Das stimmt, da links. Das ist schlecht. Und jetzt? Ah! Ah! Dann drück ich dir mal die Daumen, dass das klappt mit den Grablichtern. Es geht wunderbar auch mit Tannenzweigen. Ja. Stimmt. Guckst du? Ja. Au! 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 Okay! Oh, Mutchekiebchen! Ganz viele Mutchekiebchen! Ja. Du musst irgendwie hier hochkommen, ne? Ja, ja! Ich bin halt nur zweimal gestorben an dem dämlichen Ding. Einmal, weil ich es nicht wusste und einmal, weil ich es dir gezeigt habe. Ah, okay. Und man fängt halt wieder unten an. Ja, stimmt. Da hinwürdigst du. Ähm. Kann... Ach ja, doch. Ich bin jetzt hier zum Gärtner. Ich wollte schon immer mal wissen, wie das ist, wenn man tüchern kann und stehen. Das ist jetzt nicht unbedingt so... Ach, mach ich dich gut? Doch, doch. Du machst das gut. Du machst das echt gut. Also... Was heißt denn hier? Ja, du machst das sehr gut. Mhm. Mhm. Ja, das mit dem Ziel müssen wir nochmal üben. Ja. Das ist mein erster Tag. Das ist mein erster Tag. Das ist mein erster Tag. Ich wurde damit nicht geboren. Ich auch nicht. Was? Sorry. Aua! Ihr Pennerse. Ich habe mehr als die nächste. Was sind die denn alle her? Ich habe keine Ahnung. Wie kommen die aus dir? Einfach aus mit Boden. Oh. Was ist das hier? Ach nee, da rutscht man runter. Das ist ein Gartenschlauch. So. Kaputt. So. Eine Hälfte haben wir schon mal. Pech gemacht. Oh, damit kommt man auch hoch. Wie cool ist das denn? Mhm. Na dann. Let's piss. Das wäre übrigens einfacher, wenn du nicht sofort da deine Blümchen verteilst. Ich weiß halt nicht, ob das wieder zuwächst. Nee. Solange ich da nass mache, nicht. Okay. Das mag nämlich kein Wasser. Weil sonst übersehe ich nachher noch was, wie das wird. Hat nämlich schon mal passiert. Boah. Boah. Plopp. Oh, ne. Nicht noch so'n Tief gehabt. Der pupst die aus. Ja, ich mein. Ich krieg's die gleich nochmal. Ich kann ja noch was in ihm sein. Ja. Mein Geek. Ich kriege die Giga. äh geradeaus gesehen ja genau das muss nochmal hoch Moment Guck mal, ich gucke es nicht auf. Ja, auf die andere Seite. Ach, ich dachte, man kommt da weiter hoch oder so. Ach so, okay. Ich habe es gerade eben noch im letzten Moment gesehen. Ich habe gedacht, man kommt da noch irgendwie weiter hoch oder so. Aber ist offensichtlich nicht. Na gut. Ich geht noch hoch. Okay. Ach, Entschuldigung. Na dann. Was ist denn? Maske kaputt. Nicht Maskepone, sondern Maskepott. Ja, schön. Ich weiß nicht, wie es ist currently so gut. Ich weiß nicht, wie es ist. Genau. Vielen Dank.